hallo meine lieben steinbock geborenen schön dass ihr wieder da seid und für alle die die neu sind herzlich willkommen auf meinem kanal schön dass auch ihr da seid meine lieben denkt bitte daran dies ist eine allgemeine legung diesmal geht diese legung vom ersten bis zum 15.7.2021 sie kann auf dich zutreffen sie muss es aber nicht okay so für alle die wie gesagt die neu sind ich freue mich über ein like und über euer abo und wenn ihr mir schreiben möchtet oder kommentieren möchtet freue ich mich auch wenn diese legung nicht auf dich zutrifft dann kannst du sehr gerne über meine homepage www.engelgeflüster.de oder unten in der infobox da steht meine e mail adresse und meine handynummer kannst du dir sehr 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 gerne eine private lebung buchen so und jetzt schauen wir mal gemeinsam was denn in der gesagten zeit bei euch meine lieben steinböcke was da so los ist sehr gerne möchte der darf sich auch das reading vom juli 2021 noch mal angucken wenn du das noch nicht getan hast interessant interessant ich glaube das sind genau die gleichen karten wie bei der jungfrau die erste karte ist oder waren es die stiere weiß ich gar nicht mehr ist auch egal so einmal medizin mutter erweise deinem inneren wissen die ehre und die zweite karte ist der älteste lass die muster der vorfahren hinter dir hier geht es definitiv darum um dein intuitives handeln um dich zu ehren du zu wissen du bist ein wertvoller mensch du bist so wie du bist bist du richtig und äh da darfst du hier in die gewissheit gehen ja hat so ein bisschen kriege ich rein mit selbst zweifeln zu tun brauchst du aber nicht haben lieber steinbock und die muster verhaltensweisen denkmuster glaubenssätze etc ja alles was man so hat so war es schon immer das darfst du hier auflösen hört sich ein bisschen an nach hausaufgaben machen aber wir schauen mit dem tarot rein um was es geht bei euch das war zu viel wow viel energie bei euch wahnsinn gut dann sollen es zwei sein okay meine lieben hier gibt es einige von euch die herzschmerzen haben das ist eure haupt energie 3 der schwerter ja das ist hier eine situation muss nicht unbedingt die liebe sein kann auch die arbeit sein oder euer allgemeines wohlbefinden hier geht es wirklich darum um herzschmerz um eine situation im mangel die euch schmerzen bereitet die euch sorge und kummer bereitet das kann natürlich auch sein dass das daran liegt dass es glaubenssätze gedanken muster etc pp von euren ahnen vorfahren gibt weil es so schon immer war und ihr wurdet nicht anders erzogen weil ihr wisst es halt nicht besser weil ihr so erzogen worden seid also wie gesagt das ist so ein bisschen glaubenssätze gedanken muster hier geht es um euer eigenes sein das was ihr gerade gehört habt das schnarchen wundert euch bitte nicht das ist mein boxermädchen die ist jetzt immer live mit dabei also es könnte sein dass ihr öfter mal geräusche hört so das mal nebenbei aber wie gesagt also lasst euch hier bitte nicht aus der ruhe bringen ja ihr fünf der münzen ja hier guck mal hier ihr seht hier gar nicht um was es bei euch geht ihr seht gar nicht warum dieser zustand hier so ist warum seht ihr das nicht weil ihr gar nicht dahin guckt wenn ihr hinguckt dann wüsstet ihr was ihr habt aber das tut ihr nicht ihr wollt im moment gar nicht ihr wollt im moment überhaupt nicht sehen ja ihr wollt da nicht hingucken ihr wollt diesen zustand in ihr habt wollt ihr erstmal leben ihr wollt ihn leben ihr wollt ihn fühlen ja aber bedenke bitte erweise deinem inneren wissen die ehre letztendlich weißt du es nur zwischen wissen und sehen wollen ist ein unterschied oder fühlen wollen spüren wollen ja wisst ihr ihr könnt dinge die euch nicht gut tun könnt ihr wie ablegen ich gebe euch mal eine möglichkeit mit an die hand indem ihr genau diesen zustand der dazu geführt hat fühlt und spürt und wenn ihr weinen müsst wenn ihr traurig seid wenn ihr wütend seid egal was aber wenn ihr diesen zustand einmal durchlebt habt nochmal mit komplett diesen ganzen gefühlen dann könnt ihr den hinter euch lassen meine lieben das ist nicht schönes klar keine frage aber ihr wollt ja diesen zustand ihr wollt ja aus diesem zustand raus kommen und es tut ihr letztendlich indem ihr anfangt zu gucken ja könig der münzen ihr fangt an zu gucken ihr wisst dass ihr ein wertvoller mensch seid ihr habt alles was ihr braucht ja ihr habt da keinen grund im mangel zu leben guckt mal einfach mal den kopf hoch machen und zu schauen was habe ich denn ja guckt euch mal den herrn hier an der hat alles was er braucht der ist so in seiner ruhe so in sich ruhend ja dass letztendlich das jetzt ein prozess ist bei euch das was euch weh tut nochmal zu leben ja um das abzugeben um das hinter euch zu lassen um dann wieder hier in eure eigene kraft zu kommen so ihr werdet öfter mal noch an den zustand kommen ne ich guck da nicht hin ne ich will die ich will das ich will keine informationen ich will keine botschaften ich will keine gespräche ich ne ich guck da nicht hin ich will das nicht ich will nicht reden ich möchte das nicht das ist okay das ist dieser zustand der darf sein aber bitte nicht zu lange ja und ich mache mir auch gar keine sorgen das bitte nicht zu lange weil ihr setzt euch auf euer boot und sagt so und jetzt hinterlassen jetzt lasse ich einfach hier ich ich lasse hinter mir Herzschmerz also das was ich euch gerade gesagt habe was ich euch hier gerade empfohlen habe ja das setzt ihr richtig toll um und geht weiter und ihr bekommt hier Unterstützung von einer dritten Person guck mal was die macht die macht die Hände auf und empfängt und dadurch kann sie euch unterstützen oder ihr seid so weit in eurer Entwicklung das ist auch eine Alternative eine Möglichkeit es ist aber nur eine kleine Gruppe die dann sozusagen ins Empfangen geht ich habe jetzt das und das gemacht ich habe das und das umgesetzt und jetzt empfange ich das Lichtvolle ja warum ganz einfach weil ich bin ein wertvoller Mensch ja die Herrscherin ich weiß genau was ich will ich lasse mich von dem was hier zum Anfang war ich lasse mich hiervon nicht runterziehen ne weil ich empfange Lichtvolles und ich weiß wer ich bin und das ist richtig richtig toll meine lieben Steinbock geborenin ganz super so und jetzt schaue ich auch für euch nochmal in die Karten für euren Selbstheilungsprozess ihr wisst bei mir darf man immer mehr in die Tiefe schauen das ist für mich wichtig damit ihr euren Prozess gehen könnt und da gucken wir mal ob es da eine Botschaft für euch gibt ja genau in dem Zustand wo ihr jetzt seid und das ist die Hauptenergie ja es ist die Harmonielosigkeit ja das ist sozusagen euch hat die Harmonie gefehlt ja aber ihr kommt definitiv in eure Kraft ja ihr geht ich sag's nochmal ihr geht voran und ihr empfangt und damit lasst ihr diese Harmonielosigkeit und diesen Herzschmerz hier den lasst ihr los weil ihr an euch arbeitet ganz ganz toll meine Lieben super freue ich mich für euch dass ihr dafür bereit seid dass ihr dafür offen seid hört auf eure Intuition kann ich immer nur wieder sagen und das was unsere Eltern Großeltern uns beigebracht haben das muss für euch nicht mehr dienlich sein wir gehen in eine ganz andere und neue Zeit ja habt da kein schlechtes Gewissen ihr seid super so wie ihr seid ihr seid ich sag's nochmal ihr seid die Hauptperson ihr habt die Hauptrolle in eurem Leben des Spiels oder Spiel des Lebens ja seid der Regisseur ja wenn ihr sagt Hauptrolle ist ja schön aber ich möchte jetzt kreieren damit ich meine Hauptrolle umschreibe dann geht und sagt ich bin jetzt der Regisseur und da kommt bei mir Harmonielosigkeit nicht mehr vor weil ich jetzt weitergehe und lichtvoll empfangen werde und damit könnt ihr positiv euer neues Drehbuch schreiben meine Lieben ich versuche das euch immer so mit Wörtern so ein bisschen zu versimmbildlichen ja bei den Stieren habe ich immer ganz gerne den Ferdinand da kennt er den Kinofilm bestimmt und das kann man auch ganz gut und hier bei euch habe ich halt die Variante genommen ihr kriegt das hin ihr schafft das ne wichtig ist immer nur wenn man was verändern möchte dann darf man selber sich verändern dann darf man gucken was was löst denn das aus hier dieses dass ich nicht hingucke obwohl ich reich bin an allem was ich brauche ja das ist um den Zustand zu verstehen darf man einfach ein bisschen in sich gehen und das tust du um dann nachher sozusagen lichtvoll weiter zu gehen total super meine Lieben ja und dann kommt auch wieder die Harmonie in euer Leben also für die nächsten 14 Tage habt ihr schon mal so ein Lichtblick ist wie gesagt auch bei euch keine schlimme Legung aber wie gesagt ihr werdet hier in dem Zustand nichts verändern wenn ihr nicht nicht hinguckt und wenn ihr die Augen verschließt aber das werdet ihr nicht lange tun sondern ihr werdet hier weiter gehen und das ist ganz ganz toll so wenn ihr möchtet sehen wir uns in 14 Tagen wieder also macht's gut eure Katrin auch wie gesagt wird ja mit dem Vielen Dank.